Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zur Hopp-Höhle bei Landraus, Hand, Haus, Rose oder wie das heißt. Mein Name ist Melek und falls ihr natürlich den Kanal nicht abonniert habt, dann lasst ihr natürlich sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like da. Es wird richtig krass spannend. Also das sag ich euch direkt. Es wird richtig krank. Los geht's. So, irgendwas ist hier faul. Weiß aber nicht was. Mit dem Haus hier tatsächlich. Ganz komisch. Und das Spiel hat so eine geile Atmosphäre, Leute. Ehrlich, es hat so eine geile Atmosphäre. Ich kenne kein Spiel, was so eine schöne Atmosphäre hat wie Fable. So, geht die Tür auf. James, bist du das? Oh, James ist mein Enkel. Ihr müsst ihn finden. Er ist mein letzter Verwandter. So ein hilfsbereiter Junge. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn tun würde. Ich wusste es. Er ist wieder in diese Höhlen gegangen. Ich weiß es einfach. Was er da sah, hat ihm letztes Mal allerdings einen gehörigen Schrecken eingejagt. Aber er brachte Gold mit zurück. Oh, und als er dort war, hat er noch was gefunden. Ich weiß nicht, wofür es ist. Es könnte aber nützlich sein. Hier. Sechseckschlüssel. Wofür bräuchte ich denn das? Sucht ihn. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ihm etwas zugestoßen wäre. Was zum Teufel? Das ist ja richtig komisch. Meine Güte. Wartet mal, Leute. Hier. Erinnert ihr euch vielleicht auch dran? Hier waren wir auch. Ach, guck mal. Ich habe fünf schlechte Taten dafür bekommen, weil ich das Gebüsch hier weggemacht habe. Nice. Ey, hätte ich das gar nicht anrühren dürfen oder was? Ganz ehrlich. Gib mir meine guten Taten wieder. So, was will er? Bei der ersten Verabredung mache ich niemals auf. Mein Herz wurde schon zu oft gebrochen. Nein. Nein. Einfach nein. Ich kann nur jemanden reinlassen, der mich wirklich liebt. Nein. Einfach nein. Tschüss. Hahaha. Okay, weiter geht's. Ich glaube, wir müssen dann jetzt zu den Hopp-Höhen, glaube ich. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Wartet, stopp! Wir müssen ihm was schenken. Freunde, das ist es. Ich schenke ihm was. Wir haben doch gerade was geschenkt bekommen. Ich glaube, ich weiß es. Werte. Geschenke. Wo ist das denn hier? Gesundheitstrank, Willenser, Machtzeit, Gargat. War das das? Nein, Rubin auch nicht, Diamant auch nicht. Das haben wir nochmal geschenkt bekommen. Geldbeutel, Silberschlüssel. Da, hier. Sechseckschlüssel. Was ist denn, wenn wir ihm was schenken? Schenk ihm mal einen Rubin. Ich probiere es einfach. Ich habe ja nichts zu verlieren. Warte, einen Rubin. Komm. Es hat gar nichts gebracht. Nice Joke. Okay. Ich bin, ich rede Quatsch. Wir müssen sowieso raus. Man sieht es auf der Karte. Hier sieht das gerade zwar nicht so gut wegen der Cam, aber trotzdem. Wir mussten raus. Ehrlich. Ich hampel, Mann, ehrlich. Da gehen wir mal lang. Und wisst ihr, was auch noch der Fall ist? Wir brauchen eigentlich auch einen Angel. So, ich muss hier rein. Hier war ich schon mal drin. Ihr erinnert euch vielleicht an, hier geht es richtig ab. Die Hoppolen sind geisteskrank. Ich habe dagegen so viele Gegner gekämpft. Hier sind unnormal viele Gegner. Hier sind unnormal viele Leute. Was geht hier? Lol, ey. Tolle, volle drauf. Alter, das ist viel. Leute, sind das wieder, ey. Gut, dass ich diese neue Waffe habe, ne? Was war denn das? Läuft. Loll, ey. Das ist Geistesgreif. Läuft. Ihr seid jetzt bekannt genug, das Ausdrucksmittel sexy Heldendose zu benutzen. Danke, Kumpel. War echt peinlich, von diesen Hops geschnappt zu werden. Die Jungs und ich haben in den Höhlen Schätze gesucht. Laut den Legenden sind sie voll davon. Und gut geschützt. Die haben uns gefangen und in Käfige gesteckt. Seitdem bringen sie einen nach dem anderen weg. Keine Ahnung, was sie mit dem Rest gemacht haben, aber ich hab grauenhafte Schreie gehört. Aber je weniger Leute, desto größer der Anteil, oder? Also suchen wir gemeinsam... Mit dem Räuber nach Schätzen suchen. Ich bin mir nicht so sicher, aber wir machen es trotzdem, komm. Ihr habt den Status wohlbekannt. Komm, wir gehen einfach mit ihm. Voll geil, ehrlich. Richtig, richtig geil. Aber hier sind wieder Gegner. Let's go. Der hilft uns einfach, der ist gut. Wir haben ja nichts zu verlieren. Das ist mega geil. Haben wir Backup ein bisschen. Feld zu verlieren haben wir ja nichts. Was für ein Gestank. Ich würde kotzen, wenn ich was gegessen hätte. Hier haben uns die elenden Dinger erwischt. Kamen aus diesem Raum da. Die müssen was bewacht haben. Junge, wie geil ist diese Mission, Alter. Richtig geil. Oha. Oha. Junge, greif doch auch mal an. Was ist los mit dir? Er hilft gar nicht. Dumme Silberschlüssel-Truhe. Die kriegen wir nie auf. Doch, wenn wir fünf Silberschlüssel haben. Ah, toll. Ich habe nur eine. Herzlichen Glückwunsch. Egal, dann gehen wir raus. Scheiß drauf. Schade auch. Aber der Typ ist ja richtig cool drauf. So, dann gehen wir mal runter hier. Der Typ ist cool drauf, muss ich sagen. Aufpassen. Die elenden Wiesner legen mit Vorliebe Hinterhalter an. Es ist nur noch ein Stück da lang. Der Typ ist ja richtig geil drauf. Ehrlich. Diese Mission ist Geisteskrankheit. Volle Pulle drauf. Ja, ja. Einfach alles aufnehmen. 500 Gold, dankeschön. Geisteskrank. Bro, halt dein Maul. Du kriegst gar nichts. Vielleicht hier jetzt schon, du bist ein dummer Räuber. Oha, Flammenverstärkung. Richtig krass. Gehen wir mal hier lang. Er kriegt sowieso nichts. Let's go, man. Ich glaube nicht, dass wir da runter wollen. Doch. Hier müssen sie meine Kumpel erwischt haben. Kommt schon. Let's go. Hier waren wir schon mal unten, glaube ich, einmal. Hä? Was wollt ihr denn? Ihr wollt das Kind mitnehmen? Ich gebe es nicht her. Das Opfer muss weitergehen. Bringt einen anderen Menschen, dann kann er gehen. Den Jungen durch euren Anhänger ersetzen. Sollen wir das machen oder nicht? Das ist eine gute Frage. Das sind Kack-Räuber, ne? Eigentlich darf ich das nicht machen. Wenn er uns angreifen sollte, will ich den Räuber auch töten. Wir machen das so. Nicht ersetzen. Ich gebe es, bevor ich euch hole. Hör ich es. Hör ich es. Komm schon. Ich weiß es nicht tun. Du hast dich gezwungen. Komm schon. Volle Pulle drauf. Vielleicht kriege ich die Person. Oha, die Person hat nicht mehr so viel, Leute. Oha. Ich habe die Person. Oha. Krass. Volle Pulle drauf, Leute. Aber wo ist denn hier jetzt ein? Oha, da sind noch mehr. Oh mein Gott. Da kommen richtig viele runter. Oh mein Gott. Was geht hier ab? Unnormal viele. Richtig viele. Gut, dass ich die Waffe geholt habe. Sonst ginge gar nichts, ehrlich. Hops, Jagd. Aber sowas von. So, müssen wir raus? Ich habe ein bisschen Sorge vor diesem Räuber, wenn ich ehrlich sein soll. Ich traue dem nicht so ganz. Egal. Komm. Haben ja nichts zu verlieren, um ehrlich zu sein. Ui, ui, ui. Das wird ein ganz großer Spaß. Was? Was ist mit dem los? Oha, da kommen noch mehr. Okay, voll Haus, voll Haus. Ich glaube, der Räuber geht uns ja verraten oder so, Freunde. Nämlich ehrlich sein soll. Problem ist, ich kann jetzt auch nicht angreifen, so richtig. Hey, nicht weinen. Nicht weinen, wir gehen raus. Mach dir keine Sorgen. Ja, ja, wir bewegen uns. Wir gehen jetzt zur Hauptkammer. Oha. Hier ist es voll. Hier ist es richtig voll. Oh mein Gott, ist das 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 voll. LOL, ey. Was ist das denn? Wie krank. N Savage. Wie viele Hots kommen hier. LOL. Der junge ist kriegt einen Anfall bestimmt. Hey, das sind wirklich zu viele, Mann. Gut, dass wir einen Räuber noch nicht getübt haben. Der hilft uns gerade ungemein. Das ist so geisteskrank Wirklich krank Aber jetzt Beeilung hier Das war Es ist wirklich Ich hab glaube ich noch nie Gegen so viele Hobbits gekämpft Oh Gott Multiplikator 22 Wir können zur Höhle rüber Nein Tut mir leid Ich werd dir nicht das Gold geben Mach ich nicht Kommt schon Ich hab euch Junge Warum ist man wohl die Karte jetzt alle Ist ja mega kacke So Gute Tat erreicht Vor euer Kampf Ah toll ey Schade auch Ich dachte Wie können wir so Ich dachte schon Ich würde nie wieder frische Luft atmen Mach dir keine Sorgen Kleiner Wir helfen dir Kid Wir gehen zu Mama Oder zu wem auch immer Du jetzt gehen wolltest So ein geiles Game Ehrlich Einfach hier durch Ja Los geht's Landhaus Rose Wartet Ihr werdet mich doch nicht Bei ihr lassen oder Die Nymphe soll schlimm sein Meine Oma ist schlimmer Was meint ihr wohl Wer mich überhaupt erst In diese Höhlen geschickt hat Aber das mach ich nicht mehr mit Bei der ersten Gelegenheit Hau ich hier ab Vorher muss ich aber noch Ein paar Sachen holen Und ihr wollt wohl Eure Belohnung Erzählt aber nicht Was ich gesagt habe Los Krass Das ist nicht mehr weit Dann gehen wir mal Hier oben Wir haben's geschafft Seht nach Ob meine Oma da ist Die ist doch hier Mann du Blindfisch Hi Danke Dass ihr meinen Enkel Zurückgebracht habt Heftig Ach Hopkop Hier Oh mein Gott Wir haben so viele Bekommen jetzt gerade Oh guck mal wie süß Was ist denn hier drin Ich habe Aufgaben für dich Oh kacke Wir haben was geklaut Das wollte ich gerade gar nicht Egal Ich habe einfach was geklaut Loll Der Junge dauert ab Der Junge ist einfach abgehauen Ey wir haben ihn gerade gerettet Der haut einfach direkt ab Boah was ist denn das jetzt gewesen Was haut der Junge ab Ist der bescheuert Okay das war jetzt richtig strange Okay warte mal Freunde Wir reisen eben erstmal zurück Und skillen uns natürlich Loll Also das habe ich jetzt auch noch nie erlebt Der Typ ist einfach Wir retten den gerade Und er haut ab Er hat gar keinen Bock Auf seine Oma wahrscheinlich gehabt Höchstwahrscheinlich Richtig strange Mal gucken Oha jetzt brauche ich auch so lange zu laden So lange hat es noch nie gedauert zu laden Hübel Hallo Helden Gilde Ingen Bug Aufhänger Keine Ahnung Wird geladen Irgendwie so Wird geladen Freunde ich werde das so machen Ich werde auf jeden Fall skillen Wenn wir uns in der nächsten Folge sehen So werde ich das machen Und dann machen wir auf jeden Fall Mit der einen Hauptquest weiter So würde ich sagen Ich glaube das ist am besten Weil bis das jetzt hier gerade entlädt Und fertig ist Weiß ich nicht Und ich weiß auch nicht Ob das Game gerade abgestützt ist Keine Ahnung Vielen vielen Dank Bis mit Schauen Haut rein Ciao 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 Euer Melek 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 Bis zum nächsten Mal.